Es gibt Fragen, die lassen sich nicht in drei Sätzen in den Kommentaren ausführlich beantworten und bis zum Jahresende wollte ich auch nicht warten, wo ich ja immer auf einige Kommentare eingehe. Ich hatte schon darüber nachgedacht, eine neue Rubrik einzuführen, sowas wie Elektronik, Splitter oder so, mit Kurzerklärung zu bestimmten Fragen. Aber nach etwas Überlegungen fand ich, dass man zu dem Thema Phasenumkehr doch etwas mehr erzählen kann. Deshalb heute dieses kleine Video, worin es nicht nur um die Funktionsweise einer Phasenumkehrstufe geht. Herzlich Willkommen bei Technik Selbsterlebt. Es geht heute nicht um die Phasenverschiebungen im Wechselstromkreis, die durch Induktivitäten und Kapazitäten immer auftreten, sondern um den Spezialfall der Phasenumkehr und die Schaltungstechnik dahinter. Wir bekommen es also mit zwei Signalen zu tun, die entweder im Gleichtakt schwingen oder genau entgegengesetzt, quasi die Spiegelung einer Nulllinie. Wenn ich ein Signal auf einen Verstärker gebe und über den Lautsprecher anhöre, spielt es dann überhaupt eine Rolle, welche Phasenlage das Ausgangssignal gegenüber dem Eingang hat? Eigentlich nicht. Das sieht aber schon ganz anders aus, wenn ich mir Musik über meine Stereoanlage anhöre. Wobei es allerdings auch hier nicht um die Phasenlage zwischen Ein- und Ausgang geht, sondern um die zwischen den beiden Lautsprechern. Es wird immer interessant, wenn sich zwei Signale überlagern können. Die Anschlussklemmen bei so einer Lautsprecherbox sind meist farblich gekennzeichnet. So wie hier Schwarz und Rot. Auch beim Lautsprecherkabel kann man die Adern unterscheiden. Normalerweise wird so die Polarität gekennzeichnet. Bei mir bedeutet dann Schwarz immer Minus und Rot Plus. Aber was macht das für einen Sinn, wenn der Lautsprecher mit einer Wechselspannung versorgt wird? Hier wird gekennzeichnet, welche Seite mit dem Bezugspotenzial, also der Masse, verbunden werden soll. Der andere Anschluss ist das heiße Ende, wie es die Hochfrequenztechniker nennen würden, also die Signalleitung. Die Anschlüsse am Verstärker sind natürlich auch entsprechend gekennzeichnet. Manche Boxen werden auch über solche Lautsprecherstecker angeschlossen, die dann verpolungssicher sind. Nur so ist gewährleistet, dass sich die Lautsprechermembranen bei einem Signal gleichzeitig nach vorne oder nach hinten bewegen und nicht wechselseitig. Wenn ihr also das Gefühl habt, eure Stellanlage klingt irgendwie flach oder ihr habt keinen richtigen Stellraumklang, dann überprüft mal die Polung eurer Lautsprecher. Kümmern wir uns jetzt aber mal um die eigentliche Frage. Die zeigt mir, dass es da noch etwas am Verständnis fehlt, wie so eine Transistorstufe funktioniert und auch, was an einem Spannungsteiler passiert. Denn letzten Endes lässt sich das darauf reduzieren. Dazu sehen wir uns nochmal die Transistorgrundschaltung an. In dem Video, das es dazu schon gibt, wurde die Phasendrehung schon kurz angesprochen. Hier kommt jetzt die Erklärung. Beginnen wir mit der wohl bekanntesten Grundschaltung, der Emitterschaltung. Der Emitter liegt auf dem Bezugspotential. Das verstärkte Signal wird am Kollektor abgegriffen. Der Kollektorwiderstand bildet mit der Kollektoremitterstrecke des Transistors einen Spannungsteiler, wobei der Transistor ein veränderlicher Widerstand ist. In gesperrten Zustand ist der Widerstand des Transistors sehr hoch und deshalb fällt über ihm der größte Teil der Spannung ab. Wenn kein Strom fließt, ist der Spannungsabfall über dem Kollektorwiderstand gleich Null. Am Kollektor haben wir ein sehr hohes Potential. Wir messen praktisch die Betriebsspannung. Die Spannung an der Basis ist derweil Null. Mit dem Potentiometer kann ich die Basisspannung erhöhen und den Transistor leitend machen. Sein Widerstand wird jetzt sehr gering und damit fällt jetzt fast die gesamte Spannung am Kollektorwiderstand ab und am Kollektor verbleibt nur eine kleine Restspannung. Die Spannung am Ein- und Ausgang verhalten sich genau entgegengesetzt. Bei der höchsten Spannung an der Basis ist die Spannung am Kollektor am geringsten und umgekehrt. Wenn wir auf die Schaltung jetzt ein Signal geben, erscheint es am Ausgang um 180 Grad Phase verschoben, also gegenphasig. Bei einem Wellenberg am Eingang bekommen wir am Ausgang das Wellental der Schwingung. Im Schalterbetrieb, also in der Digitaltechnik zum Beispiel, ist der Transistor entweder voll durchgesteuert oder gesperrt. Wir bekommen einen Inverter, der den Logikpegel umkehrt. Aus einem Low-Pegel am Eingang wird ein High-Pegel und umgekehrt. Sehen wir uns im Vergleich dazu jetzt die Kollektorschaltung an. Die Ausgangsspannung wird am Emitter abgegriffen. Ohne Basisspannung ist der Transistor gesperrt und es fließt kein Strom. Deshalb ist der Spannungsabfall über dem Emitterwiderstand und damit die Ausgangsspannung auch null. Die gesamte Spannung liegt über dem hochohmigen Transistor. Mit steigender Basisspannung steigt jetzt auch der Kollektorstrom und damit auch die Spannung am Ausgang. Sie verhält sich proportional zur Eingangsspannung, ändert sich also im Gleich-Takt. Hier nochmal der Beweis im Experiment. Die Ausgangsspannung ist um die Flussspannung der Basis-Emitter-Diode kleiner als am Eingang, deshalb ist die Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung kleiner 1. Ein Signal erscheint gleichphasig am Ausgang. Ein Logikpegel ändert sich durch diese Schaltung nicht. Sehen wir uns der Vollständigkeit halber noch die Basisschaltung an. Das Signal wird jetzt am Emitter eingespeist und am Kollektor abgenommen. In der Anordnung ist die Schaltung etwas schwierig, weil der Emitter jetzt eine negative Spannung benötigen würde. Deshalb ändert man sie in der Praxis etwas ab. Die Spannung an der Basis wird durch einen Spannungsteiler hochgelegt. Auf die Art wird der Emitter negativer als die Basis. Der Kondensator legt die Basis für Wechselspannung auf Masse. Videoempfehlung für die, die sich damit noch mal etwas genauer beschäftigen wollen. Transistor Verstärker Teil 2. Bei einer niedrigen Spannung am Emitter fließt ein Basisstrom. Der Transistor ist leitend und die Kollektorspannung deshalb ebenfalls niedrig. Wenn die Emitterspannung steigt, wird die Basis-Emitterspannung kleiner. Der Transistor wird hochohmiger und die Ausgangsspannung steigt auch. Ein- und Ausgangsspannung sind hier ebenfalls gleichphasig. Kommen wir jetzt zur Phasenumkehrstufe. Gebraucht wird sie zum Beispiel zum Ansteuern von Gegentaktendstufen, wo die beiden Endstufentransistoren jeweils nur eine Halbwelle des Signals verstärken. Dazu müssen die beiden Transistoren das Signal mit umgekehrter Phasenlage bekommen. Im Grunde entspricht die Phasenumkehrstufe einer Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Allerdings ist der Emitterwiderstand ungewöhnlich hoch und wird auch nicht durch einen Kondensator überbrückt. Man könnte sie auch als eine Kombination von Emitter- und Kollektorschaltung ansehen. Die Spannungen werden am Kollektor und am Emitter abgenommen. Das Signal am Kollektor hat wieder eine umgekehrte Phasenlage, während das Signal am Emitter phasengleich zum Eingang ist. Wir haben jetzt einen Spannungsteiler aus drei Elementen. Bei niedriger Basisspannung fließt wenig Kollektorstrom und der größte Teil der Spannung liegt über dem Transistor. Damit liegt der Kollektor fast auf Betriebsspannung und der Emitter fast auf Masse. Je niederohmiger der Transistor wird, umso mehr laufen die beiden Spannungen entgegengesetzt aufeinander zu. Am Ende trennt sie nur noch die Restspannung des Transistors. Ja und der Vergleich der beiden Ausgangsspannung am Oszilloskop zeigt, dass das Signal an beiden Ausgängen mit umgekehrter Phasenlage anliegt. Der rote Strahl zeigt den Verlauf am Kollektor. Gelb ist mit dem Emitter verbunden. Die Phasenlage in einem Verstärker ist nicht nur interessant für solche Phasenumkehrstufen, sondern auch wenn das Signal auf den Eingang zurückgekoppelt wird. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, die Rückkopplung erfolgt in gleicher Phasenlage. Man spricht hier von einer Mitkopplung. Die Schwingungen addieren sich. Dadurch entsteht ein Verstärkungseffekt. Wenn dieses stärker werdende Signal immer wieder in einer Schleife zurückgekoppelt wird, schaukelt sich das Signal immer mehr hoch und der Verstärker beginnt zu schwingen. Mal abgesehen von den Fällen, in denen das unbeabsichtigt passiert, kann man das natürlich nutzen, wie bei diesem Wien Robinson Generator. Der ist im Grunde genommen nichts anderes als ein zweistufiger, rückgekoppelter Verstärker. Am Kollektor von Transistor 1 ist das Signal um 180 Grad Phasen verschoben. Geht dann auf die zweite Stufe und wird dann wieder vom Kollektor um nochmals 180 Grad verschoben abgegriffen und an die Basis von Transistor 1 geleitet. Damit entsteht jetzt eine Mitkopplung und aus dem Verstärker wird ein Oszillator. Viel häufiger findet man im Verstärker eine Gegenkopplung. Das Signal wird gegenphasig auf den Eingang zurückgeführt. Dadurch wird das Signal gedämpft, denn die Schwingungen arbeiten jetzt gegeneinander. Zwar sinkt die Verstärkung, aber Verzerrungen, die durch die nicht-linearen Kennlinien der Bauelemente entstehen, werden teilweise kompensiert. Außerdem können Verstärker, die schnell zum Schwingen neigen, wie dieser Röhrenverstärker mit einer Verbundröhre, im Zaum gehalten werden. Die Gegenkopplung kann zum einen in jeder einzelnen Verstärkerstufe erfolgen. Bei dieser Verstärkerstufe mit Spannungsgegenkopplung macht man das einerseits, um den Arbeitspunkt des Transistors bei Temperaturänderung stabil zu halten, aber gleichzeitig wird auch das Wechselspannungssignal vom Kollektor zur Basis, also gegenphasig, zurückgeführt. Man findet aber auch die sogenannte Über-Alles-Gegenkopplung, die über mehrere Stufen hinweg funktioniert. Ein Beispiel sehen wir hier. Die erste Stufe dreht die Phase wieder um. Bei der zweiten Stufe wird das Signal im Gegensatz zur Wien-Robinson-Brücke vom Emitter abgenommen und zurückgeführt. Dadurch bleibt die Phasendrehung erhalten und es entsteht eine Gegenkopplung. Wie sieht es hier aus? Ist das auch eine Gegenkopplung oder nicht? Und wenn ja, wie funktioniert sie? Ich gebe euch eine kleine Bedenkzeit. In der zweiten Stufe wird die Phase auf jeden Fall umgekehrt, denn wir greifen das Signal am Kollektor ab. Jetzt darf die erste Stufe aber die Phase nicht auch nochmal drehen. Tut sie auch nicht, denn sie arbeitet in Kollektorschaltung. Und noch ein anderes Beispiel. Hier wird jetzt das Signal auf den Emitter der ersten Stufe zurückgekoppelt. Was passiert denn hier? Haltet mal kurz das Video an und überlegt. Die zweite Stufe bekommt das Signal mit umgekehrter Phase. Wir greifen dort wieder vom Kollektor ab, was nochmal zur Phasenumkehr führt. Klingt eher nach einer Mitkopplung. Allerdings geht das Signal an den Emitter der ersten Stufe zurück. Wie wirkt sich das nun aus? Machen wir das mal Schritt für Schritt. Angenommen, die Basisspannung an T1 steigt. Damit steigt auch der Kollektorstrom und die Kollektorspannung sinkt. Transistor 2 wird jetzt weniger leitend. Dadurch steigt bei ihm die Kollektorspannung. Über die Rückkopplung wird dadurch auch das Emitterpotenzial an T1 angehoben. Dadurch sinkt jetzt die Basis-Emitterspannung am ersten Transistor, was dem Kollektorstromanstieg vom Anfang entgegenwirkt. Wir haben auch hier eine Gegenkopplung. Ja, ich hoffe, dass ich zumindest die Eingangsfrage ausreichend beantwortet habe. Auf Phasenumkehrstufen in Gegentaktverstärkern kann man verzichten, wenn man mit komplementären Transistoren in der Endstufe arbeitet. In Röhrenverstärker sind sie aber immer nötig, denn es gibt keine Röhren mit unterschiedlichem Leitungstyp. Die Funktion ist bei einer Röhrenschaltung aber genauso wie bei einer Transistorstufe. Die Gegenphasien-Signale werden hier an Anode und Kathode abgenommen. Das war es diesmal. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020